Mein Name ist Thomas Joos. Ich möchte Ihnen in diesem Videotraining die Neuerungen und Möglichkeiten der Remote Desktop Dienste in Windows Server 2012 R2 vorstellen. Ich arbeite seit über 22 Jahren in der IT, in den letzten 10 davon als Autor von aktuell fast 60 Fachbüchern, darunter das offizielle Handbuch für Windows Server 2012 R2 bei Microsoft Press. Bei der Erstellung der einzelnen Lernvideos habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, dass diese sowohl für den Einsteiger als auch für den versierten Administrator gleichermaßen hilfreich sind. Sie werden sowohl als professioneller Anwender, der die Inhalte für die tägliche Arbeit benötigt, als auch als IT-Profi in der Aus- und Fortbildung, der sich mit den Möglichkeiten von RTS auseinandersetzen möchte, beide Male ihren Nutzen aus diesem Videotraining ziehen können. Hierzu habe ich für Sie die Neuerungen für den täglichen Gebrauch und deren Verwendung zusammengestellt. Anhand von nachvollziehbaren Beispielen werden Sie mit den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von RTS vertraut gemacht. Sie lernen zum Beispiel, wie Sie die verschiedenen Rollen in RTS installieren und einrichten oder auch Anwendungen im Netzwerk zur Verfügung stellen. Auch die Fehlerbehandlung zeige ich Ihnen in den einzelnen Videos, genauso wie die Themen Sicherheit, Zertifikate und Hochverfügbarkeit. In den einzelnen Kapiteln zeige ich Ihnen auch das Zusammenspiel von Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 im Bereich RTS, denn die beiden Betriebssysteme arbeiten auch hier effizient zusammen. Freuen Sie sich darauf, Ihre ersten Schritte mit RTS in Windows Server 2012 R2 zu machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Videotraining zu den Remote Desktop Diensten.